Also, wir sind jetzt hier bei Toady, der ruhigen Piercing kriegt. Nein, wir sind bei Jules. Du bist leise. Halt die Fresse! Jude! Soll ich das sagen, welche funktioniert? Ich bin blauer. Aber das siehst du doch nicht auf der Haut? Soll ich sie bei Toady drin? Du kannst gleich den Besen da backen. Besen. Wir kehren jetzt hier. Der Asche liegt. Wenn du schon mal dabei bist, kannst du die ganze Wohnung ficken. Ich fick dich gleich. Wenn du schon mal dabei bist, kannst du die ganze Wohnung ficken. Das ist Toady's Kaffee. Das sind fünf Würfel Zucker. Vielleicht auch sieben. Ey, ich fick die Gefühle, Alter. Ich fick dich in den Arsch, wer weißt du, was die Gefühle sind? Wir haben irgendwann getragen, dass wir die ganze Zeit haben. Wir brauchen ein bisschen ein Glas Wasser. Das hat sich Nico gemacht. Das hat sich Kevin gemacht. Das hat sich Kevin gemacht. Das muss man alles schön desinfizieren, der ekelige. Das ist so, dass ich mir das Toady nachher ausspülen kann. Das ist so, dass ich mir das Toady nachher ausspülen kann. Was ist das für den Arsch? Wir haben einen liebten Sockerpfeel. Ganz nah am Kaffee. Ich bin dir jetzt fein gelassen, denke ich. Guck, wie ich es beschlagen ist. Hättest du übel gelacht? Gelacht? Gelächtert. Oh, wickige Handschuhe links. Fahre mal mit dem Handschuh über die Linse, damit es nicht so beschlagen ist. Nein, damit ist es gut zu brauchen. Das schmultz, ey. Die neue Zange! Ist die auch desinfiziert? Die ist steril. Ich krieg's ja nicht mehr auseinander. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie voll nach Folterinstrument aus. Guck, die hat hier so'n Klack-Teil. Ja, ich klack dir auch gleich deine Teile. Klack ist bei Tobis Lippe zusammen. Ja. Dann kommst du nicht mehr raus. Ja, wo sind die Viecher von der Stimme ab? Wo sind die wirklich? Ey, ich hoffe, du hast dich jetzt nicht zu kurz gestellt. Nee, ich hab's ja schon mal hier reingemacht. Nee, ich hab's ja schon mal hier reingemacht. Weißt du, dass das da ein indirekten Kuss ist? Ich geb dir gleich indirekten Kuss. Ja, der Kugel kann rollen, gell? Ich schau'n. Judy. Boah! Zeig mal. Als Vergleich, das ist mein Finger. Ja. Die sind ein bisschen dicker. Ja, ein bisschen ist gut, ey. Jetzt geht's los. Ganz locker, okay. Ja, ja, lustig. Bist du bereit? Mhm. Okay. Na, bist du durch? Computer sagt nein. Sollen wir erst die andere Seite machen? Oder ich kann gleich nochmal die machen? Aha. Keine Ahnung. Warte, ich ruf dich nachher nochmal an. Oh, das hat jetzt eh getan. Ja. Ähm. Wie eklig sein? Warum nicht? Ich komm einfach. Bis nachher. Ciao. Der Uni wird voll massakriert, Alter. Pssst. Ich muss jetzt schauen, dass ich das... Pssst. Oh, der Blut ist richtig heftig, ey. Ähm. Geh raus. Die Donnade ist viel zu dünn. Ja, lass uns. Ja, lass uns. Alles was sonst? Wah, wah, wah. Soll ich mich im Piercing stechen, dich nicht massakrieren, hä? Soll ich mich beim Metzger oder was? Beim Metzger sind sie doch. Wo die das sind? So ein ekligen Pickel, Alter. Du bringst jetzt die Zeile, du bringst jetzt die Zeile an und wartest, bis das Ganze lila ist und ich nichts mehr da spüre, ja? Eklige Pickel. Alter, das sind 2mm, das wird schon passen. Guck, weiß ich doch, dass das passt. Mhhh. Komm, die... Den, 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 den! Wenn's jetzt wieder schief bleibt, Alter, lieber. Jetzt mach da, guck mal ein Stück zurück. Jetzt hab ich Schiss. Ja? Ja. Einfach locker lassen, ich mach das schon. Mach's ja nicht. Das tut echt sehr viel. Ja, wie du's brauchst, ist gut. Klack! Und fertig! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Ja. Warte. Hat's wieder klack gemacht? Da ist er durch. Ist durch. Daneben. Sieht scheiße aus. Musst du da nicht so Medizinstecke reinmachen? Jetzt muss ich noch die Kugel drauf kriegen. Jetzt sind wir fertig. Zitter ich gerade ein bisschen? Mhm. Hier schon natürlich. Ich grins. Küdeliii. Kannst du mal schön anschauen. Also es ging eigentlich vom Schmerz. Also jetzt nur mal so zur Info. Mir wurde hier gerade ein Piercing gestochen. Und allein so eine Hand der Umgebung. Hätten wir es von der Sterilität so auch im Bahnhofsklo machen können. Also ist nicht so sonderlich appetitlich. Ist das? Also, ja. OOHNTER TULZ hast du da reingereiert. Alter. Nee, das war ein Mikro. Iiiiiiiiiiiiiiii. HiiiihIIii. Wie war ich das jetzt? Das ist schon so da. Hiiiih ist das schon da. Das andere kommt da hin. TULZ ist eh ekelig. TULZ ist eh ekelig. Das hat weh getan! Nee, das schmeckt nur ekelig. Ja, das glaube ich. Auch kann ich seppen. Das haben wir in der Arbeit auch. Jetzt werde ich hier genäht. Hier kommt die zweite Nadel. Weil Jules, damit gemeint hat mit der Erste, müsste seine Finger damit sauber machen. Unter den Fingernähe klingt das eklig. Jetzt ist er sauber verlassen. Niko geh schon aus dem Licht? Nein. Ein bisschen aufmachen. Einmal. Warum? So, jetzt reiß mal kräftig. Hast du da ein Vogel Ei? Hast du da ein Vogel Ei? Was ist das ein Vogel Ei? So ein Knubbel? Nein, das hat nur so ausgesehen. Sorry. Ich dachte gerade, dann wäre es ein bisschen stehen gewesen. Also ich habe zwei Eier. Ich bin hier an der Lippe. Ja, gucken wir halt mal. Super. So, jetzt reiß kräftig dran, dann braucht es auf der Seite nichts mehr. Also morgen hätte ich Zeit, sonst habe ich keine Zeit. Mhm. Es hat geknackt. Du rufst mich dann morgen nochmal an. Ich kann ab 14 Uhr. Kevin, weißt du warum da der Ritz drin ist? Ja, klar. Ciao. Wie sieht's eigentlich mit meinem Geburtstagsgeschenk aus? Ich schau. Danke. Bitte? Danke. Das blutet, Alter. Das blutet. Dein T-Shirt ist schon dreckig. Saginawa. Was halt ohne Kubik, das braucht man nicht heutzutage. Sekundenkleber. Ich brauche unbedingt Sekundenkleber. Ja. Wenn jemand einen hat, dann soll er uns das nächste Mal mitbringen. Ich hab keinen. Du hast 100 Uhr. Ich hab keinen. Bei dir hätte ich es mir am ehesten vorgestellt. Ich hatte mal welche, die sind alle weg. Ich weiß bloß nicht, wo sie hingekommen sind. Ja. Hm? Ja. 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 Garten. Und Kosche halten. Halt die Fresse. Die Kugel ist ziemlich eklig. Die Kugel geht nicht drauf. Lass mich schon wieder so. Zieh mir die Hälfte raus. Ja. Ich hab den selber vor allem gesehen. Das Problem mit der Kugel. Ich hab den selber vor allem gesehen. Am ordentlichen. Der schade an den Lade für die Hälfte. Du bist so. Du bist so. Sein. Du bist so. Was ist so. Du bist so. Nö. Du bist so.